Aber hallo, jetzt präsentiere ich dir einen Trekking Outdoor Wanderschuh der Marke Benom bei Desamino, denn der pflanzlich gegelbte Schuh für Männer ist schon was Besonderes. Im Handumdrehen kannst du die Breite im Schuh verändern von H auf K, indem du die Platzhaltersohle herausnimmst und dann mit der antibakteriellen Einlage, die Schuhgeruch verhindert, lossausen. Für deine eigene Einlage ist hier natürlich auch genügend Platz dafür. Das stylische Obermaterial, designt aus Rindsleder und Mesh, macht den Outdoor Schuh sehr leicht und auch elastisch, was ja ideal ist, auch bei sensiblen Füßen. Diese Kombination der Materialien und der Lederfütterung am Schaft wird deine Füße gut durchlüften. Eine feste Schnürung und eine verstärkte Laufsohle sorgen für einen stabilen Stand der Füße im Modell und die Sohle hat einen guten Grip auf jeden Untergrund und ist flexibel in der Abrollung. Nicht umsonst hat dieser Schuh 5 Sterne Bewertung bekommen bei uns im Shop. Vielen lieben Dank dafür. Und ich verstehe es, wenn der Mann sagt, ich stehe auf die. Viel Spaß beim Shoppen.